Hallo, 9.12., das neunte Türchen öffnet sich, heute mein Thema Wohnen. Wir haben in der Fraktion Die Linke im Leipziger Stadtrat dafür gekämpft, dass in verschiedenen Gebieten in Leipzig sogenannte Erhaltungssatzungen verabschiedet werden. Diese führen nämlich dazu, dass es keine weiteren Mietpreissteigerungen geben wird. Jeder von euch weiß oder hat es vielleicht schon erlebt, dass die Mietpreise immer nur eine Richtung kennen, nämlich nach oben. Die Linke ist klar der Auffassung, das muss sich ändern, das muss sich umkehren. Mietpreisstopp jetzt sofort.